Eins, zwei, drei, vier, vierhunderttausend. So, das ist doch schon mal was. Aber es ist nicht mal die Hälfte vom Doppelten. Herr Trumpf, können Sie nicht erstmal die kleineren Arbeiten zu Ende bringen? Nein, wir arbeiten hier nach einem Plan. Wir brauchen noch viel mehr Sicherheit. Wir brauchen den Wall. Herr Falko! Was ist? Ihr Sohn ist von seiner Kanureise zurück. Ja und? Aber nicht allein. Was? Nicht allein? Entschuldigen Sie? Gehen Sie, gehen Sie. Machen wir ein bisschen an der Steuer vorbei.